Megan Markele drückt ihre Empörung aus, als das JESS eine Untersuchung gegen Archwell einleitet, nachdem im Steuerformular 990 potenzielle Geldwäscheaktivitäten entdeckt wurden. Archwell, die mit Megan und Harry verbundene Wohltätigkeitsorganisation, steht derzeit unter Beobachtung des JESS aufgrund fragwürdiger Finanzgeschäfte und Bedenken im Zusammenhang mit Zuschüssen, die in den neuesten Steuerunterlagen ans Licht kamen. Für die Wohltätigkeitsorganisation von Megan und Harry ist die Realität eingetreten. In einer am 12. Dezember veröffentlichten Steuererklärung wurde bekannt, dass die Archwell Foundation im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021, dem ersten Jahr ihrer Gründung, einen Rückgang der Beiträge um 11 Millionen US-Dollar hinnehmen musste. Während Archwell im Jahr 2021 Spenden in Höhe von 13 Millionen US-Dollar erhielt, waren es im Jahr 2022 nur etwas mehr als 2 Millionen US-Dollar, und fast 100% davon stammten von nur zwei namendlich nicht genannten Spenden. Aber es sind nicht nur schlechte Nachrichten, trotz des Rückgangs verfügt ihre philanthropische Organisation immer noch über ein Vermögen von über 8,3 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2020 gab Archwell an, nur 50.000 US-Dollar an Spenden erhalten zu haben, während ihre Ausgaben mit mehr als 55.000 US-Dollar für Anwaltskosten diesen Betrag überstiegen. Diese Anwaltskosten standen im Zusammenhang mit der Gründung und Auflösung ihrer früheren Wohltätigkeitsorganisationen Sussex Royal und MWX Foundation. Insbesondere wurde die MWX Foundation umbenannt, nachdem die Königin ihnen verboten hatte, den königlichen Namen zu verwenden. Die Steuerunterlagen enthüllten auch eine beträchtliche anonyme Spende in Höhe von 10 Millionen US-Dollar von insgesamt 13 Millionen US-Dollar, die Archwell im Jahr 2020 gesammelt hatte. Die Identität und die Motive dieses großzügigen Wohltäters bleiben ein Rätsel, was zu Spekulationen führt, dass er ein wohlhabender Freund oder Geschäftspartner des Paares sein könnte. Kritiker äußerten Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Archwell durch Harry und Meghan und deuteten an, dass es sich dabei möglicherweise um eine Tarnung für Geldwäsche und Steuerhinterziehung sowie um eine Plattform für die Förderung ihrer politischen Agenda und ihres persönlichen Brandings handele. Es sind auch Fragen hinsichtlich der Wahl der Gründung von Archwell in Delaware aufgekommen, das für seine unternehmensfreundlichen Gesetze und niedrigen Steuern bekannt ist und oft Unternehmen anzieht, die ihre finanziellen Aktivitäten verbergen und sich der Kontrolle durch die Behörden entziehen möchten. Harry und Meghan veröffentlichten gleichzeitig ein schillerndes Video, das zeigt, wie sie Militärveteranen umarmen, mit nigerianischen Schülerinnen interagieren, bei verschiedenen Wohltätigkeitsveranstaltungen sprechen und ansonsten wie globale Botschafter aussehen. In früheren Jahren wurde im Januar eine ähnliche Werbeaktion veröffentlicht, aber Quellen vermuten, dass das intrigante Paar diese früher veröffentlicht hat, um von dem Vernichten den Stiftungsbericht abzulenken und ihre königlichen Rivalen Prinz William und Prinzessin Kate in den Schatten zu stellen, die ein Wohlfühl-Video über sich selbst veröffentlicht haben wohl Tätigkeitsarbeit nur wenige Stunden zuvor. Wie der National Enquirer berichtete, kämpfen Harry und Meghan darum, in Hollywoodkreisen Relevanz zu bleiben, da ihr Einfluss schwindet. Sie wurden sogar von ihrem ehemaligen Kumpel George Clooney brüskiert, der sie letzten September von der Einladungsliste für ihre hochkarätig besetzte Albi-Awards-Gala gestrichen hatte. Während Meghan kürzlich mit William Morris und Superagent Ari Emanuel unterschrieben hat, sagen Quellen, dass die Agentur möglicherweise bereits darüber nachdenkt, sie fallen zu lassen, weil Tinselton einfach genug von den Sussexes und ihren unerbittlichen Angriffen auf die Monarchie hat.